Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeits-Podcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin. Und ich bin Hochzeits-DJ Hong. Unser Hochzeits-Podcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profi-Tipps für die Planung und den Hochzeitstag. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zum Hochzeits-Podcast von Sarah und mir. Hallo. Heute bringen wir das Thema mit, Fragen an den DJ vor der Buchung. Sprich, wenn du irgendwelche Fragen hast oder welche Fragen du stellen solltest, haben wir heute zusammengefasst. Gutes Thema für mich als Hochzeits-DJ, ne Sarah? Absolut. Kleines Heimspiel für mich vielleicht. Ich fange an. Nummer eins. Was ist dein Stil? Welches Genre spielst du? Das sollte auf jeden Fall eine Frage sein. Sprich, bist du eher ein Club-DJ und hast eine Spezialisierung in House, EDM, Hip-Hop, was auch immer? Oder bist du breit gestreut und kannst irgendwie auch die Klassiker spielen, die All-Time-Classics, Schlager, was weiß ich. Also wirklich bunt gemischt von den 80ern, 90ern, 70ern. Das wäre auf jeden Fall eine wichtige Frage, wie der Stil vom DJ ist, was er quasi so auflegt und was er vielleicht selber auch gerne hört. Das würde ich auf jeden Fall einen DJ immer stellen, diese Frage. Genau. Und als zweites ist auch die Frage, ob jedes Lied nacheinander, ich sage jetzt mal altbacken, abgespielt wird oder ob da ein bisschen gemixt wird. Die meisten möchten ja dann doch eher, dass es auch gemixt wird. Aber erlebt habe ich schon alles, ganz ehrlich. Ich habe sogar schon einen DJ erlebt, der nach jedem Song geredet hat. Von daher finde ich das auch wichtig. Ihr könnt, früher gab es ja die Demo-Tapes, jetzt könnt ihr sicherlich eher Online-Dinge finden. Fragt den DJ, ob er Mix-Beispiele hat, wo man die online findet oder ob er einen Link schicken kann zu einem Video oder zu einem Audio, was auch immer. Genau, das ist das Zweite, das Mixen. Genau. Zu dem Thema noch, zu dem Mixen fällt mir noch ein, gerade in der heutigen Zeit, die DJs, die haben ja dann Songbeispiele auf Spotify, Soundcloud oder sonstigen Portalen oder auf YouTube. YouTube-Videos gibt es ja dann auch, da kann man sich vielleicht auch einfach mal informieren. Weil der Beruf als DJ ist ja kein geschützter Beruf. Das heißt, so wie du sagst, es kann ja wirklich dann ein DJ sein, der nach jedem Song irgendwie was sagen muss oder irgendwie nur Start und Stopp über iTunes die Musik abspielt oder im schlimmsten Fall einfach nur irgendwie eine Playlist spielen lässt. Das gibt es auch, habe ich auch schon alles gehört. Also insofern ist es gar nicht so verkehrt, Mix-Beispiele sich anhören zu lassen, beziehungsweise Mix-Beispiele sich anzuhören. Okay, Punkt Nummer drei. Auch wichtig für einen Hochzeits-DJ, spielst du Gastwünsche ab? Also Songwünsche, wie schaut es mit denen aus? Baust du die ein, baust du die überhaupt nicht ein? Ich finde für eine Hochzeit oder für eine Hochzeits-DJ, wir sind ja Dienstleister und das ist ja nicht unsere Party als DJ, wir wollen uns da ja nicht selbst darstellen, sondern das soll ja, das Brautpaar soll im Mittelpunkt stehen und die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen. Insofern finde ich Wünsche immer sehr wichtig. Ich finde es schwierig zu sagen als DJ, ich nehme gar keine Wünsche an und blockiere das von vornherein. Das ist meine Sichtweise, finde ich nicht richtig. Wenigstens sich die Gastwünsche anhören oder benennen lassen und dann gucken. Natürlich kannst du nicht jeden Song spielen, das steht auf einer anderen Seite vom Buch, aber erstmal grundsätzlich Gastwünsche würde ich immer mit einbeziehen. Macht es den DJ eigentlich auch leichter, wenn man das so sieht, weil der hat dann so ein Gespür für die Musik, für die Gäste oder für die Musikwünsche der Gäste, kann er viel, viel, viel besser, wie sagt man? Zu abschätzen, was du gewünscht hast, ne? Genau, richtig. Kann es ein bisschen ausloten und dann kann auf den, aufgrund der Informationen kann er daraufhin halt sein Musikprogramm abspielen. Das macht die Sache ein bisschen einfacher, genau. Genau, weil es sollte ja im besten Fall ein richtiges Gespräch, also Treffen oder Videocall oder so mit dem Stadt finden, mit dem DJ und da solltet ihr das Brautpaar sagen, was, also ihr solltet sagen, was ihr möchtet. Aber so am Tag der Hochzeit gibt es natürlich dann ganz viele andere Wünsche und andere Musikgeschmäcker und dann ist es dann doch manchmal ein kleines bisschen anders, als das, was Brautpaar erzählt hat, ne, Rung? Hast du mir auch schon erzählt? Genau, das kommt auch noch, ja. Also man kann vorher No-Go-Listen ausarbeiten oder Go-Listen ausarbeiten, aber letzten Endes, was auf der Tanzfläche dann funktioniert, das entscheiden dann wirklich die tanzende Menge oder deine Gäste oder eure Gäste. Aber es ist trotzdem grundsätzlich gut, schon vorher so ein bisschen herauszufiltern, welches Genre vielleicht einfach nicht gewünscht wird, dass man das erstmal respektiert. Und dann, was dann vorne funktioniert, wird sich dann zeigen am Abend. Aber das, was du gerade gesagt hast, die No-Go-Liste, finde ich ganz wichtig. Also sagt eurem DJ, was gar nicht geht. Vielleicht habt ihr irgendwelche Songs, mit denen ihr was ganz Schreckliches verbindet oder irgendein Musikgenre, den ihr gar nicht mögt. Also auf meiner Hochzeit gab es zum Beispiel Schlagerverbot. Und dann ist es so und dann kann der DJ halt ganz nett sagen, hey, sorry, es ist vom Brautpaar nicht gewünscht, hast du nicht einen anderen Vorschlag und dann geht es halt auch. Genau, ja. Also No-Go-Listen ist ein wichtiger Aspekt, genau. Der nächste Punkt, bei Hochzeiten gibt es ja auch manchmal Ansagen, also zum Beispiel, liebe Gäste, kommt mal alle rein, die Hochzeitssorte wird angeschnitten, solche Dinge. Fragt euren DJ, ob er auch Ansagen macht. Das eine Extrem sind natürlich Spiele. Manche Brautpaare lieben Spiele, andere hassen Spiele. Genauso ist es auch bei den DJs. Also es gibt DJs, die sind wirklich darauf spezialisiert, auch wirklich Animationen zu machen und auch wirklich Spiele, sich selber auszudenken und mitzumachen und aktiv zu sein. Also da müsst ihr auch ganz klipp und klar formulieren, ob ihr das toll findet und dann müsst ihr so einen speziellen DJ finden oder, also bei mir ist es tendenziell eher so, dass meine Brautpaare weniger Spiele möchten und weniger Animationen, aber so eine kleine Durchsage ab und zu, genau. Also da müsst ihr den Grad halt wissen, was möchtet ihr und der DJ muss sich damit wohlfühlen, ob er Ansagen macht oder ob er Spiele macht oder ob er sagt, hey, sorry, ich mache keine Ansagen. Dann kann manchmal der Trauzeug oder die Trauzeugin oder eine Person der Familie das übernehmen, aber dann wisst ihr wenigstens für eure Organisation Bescheid. Tatsächlich wird diese Frage so gut wie in jedem meiner Kundengespräche geführt, also gefragt, ob ich Ansagen mache oder halt ob ich animiere und das finde ich auf jeden Fall wichtig. Die Frage solltet ihr auf jeden Fall euren DJ stellen, weil da könnt ihr auch ein bisschen herausfiltern, was für ein DJ ist das. Genau, aber passt, ne? Aber dazu passt, genau. Punkt Nummer 5, welche Frage solltest du einem DJ stellen? Was sind deine Best-of-Songs, um die Tanzfläche voll zu bekommen, um zu schauen, wie der Stil passt? Die Frage wäre auch dahingehend, welche Songs, welches Zeitalter vielleicht auch und vielleicht auch welche bestimmten Gäste zuerst du anspielst? Also grundsätzlich würde ich immer als DJ anfangen, vielleicht erstmal so die ältere Generation anzuspielen musikalisch, weil ich weiß, dass sie vielleicht früh gehen wollen. Heißt aber nicht, dass das richtig ist. Kann ja auch sein, dass das Wortpaar sagt, ist mir egal, wir wollen die alten Gäste nicht haben auf der Tanzfläche. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Sondern es soll nur das gespielt werden, was wir halt gerne hören möchten. Trotzdem ist es wichtig, was spielt der DJ, was sind vielleicht seine Empfehlungen für Songs oder Genres, die halt gut laufen. Und dann kriegt ihr halt ein gutes Gefühl dafür, was ihr einen DJ bekommt. Ja, das fällt mir auch ein. Jede Gesellschaft ist ja auch anders. Da müsst ihr ja dann auch dem DJ mitteilen. Wir hatten zum Beispiel gestern sogar mit meiner Hochzeitsplanerin Kollegin Christine das Gespräch. Sie hatte eine Hochzeit dieses Jahr, wo wirklich nur die Eltern waren und alle anderen waren im gleichen Alter und wollten die absolute Party und hatten deswegen wirklich einen Club-DJ engagiert. Und in dem Fall ist es dann auch komplett in Ordnung, wenn da das Ziel ist, einfach nur Party zu machen. Das ist natürlich ein anderes Ziel, als wenn man extrem viele verschiedene Generationen hat und viele ältere Menschen, was auch immer älter ist. Genau, wir lassen das Alter stehen. Genau, genau. Dann ist es natürlich so eher klassisch, was wir jetzt immer so sagen, Hochzeits-DJ, dass man für alle Generationen ein bisschen was spielt und dann halt nachher ein bisschen mehr, immer mehr in Richtung das, was das Brotpaar möchte. Weil, wie gesagt, die älteren dann weggehen. Aber das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt, wie ist eure Gästeliste, ne? Wer kommt da zur Hochzeit, dass der DJ das weiß? Genau, genau. Dann habe ich noch einen Punkt, den nächsten Punkt. Ich meine, ihr könnt ja immer denken, das ist ein professioneller DJ, der wird schon professionell arbeiten, aber man weiß es halt nicht. Und von daher die Frage, arbeitest du mit vorgefertigten Playlisten oder ist alles spontan? Ich finde es nämlich super wichtig, klar gibt es ein paar, auch bei den DJs, die wir buchen, klar haben die ein paar Playlisten, was man so zum Dinner so spielen kann oder so. Klar ist man da vorbereitet. Aber wenn dann wirklich die Live-Party startet, dann habe ich da lieber einen DJ gebucht, der wirklich live da steht und guckt, wie ist die Situation, was muss jetzt gespielt werden, was kommen für Wünsche rein, passen jetzt? Und nicht einer, der mit Playlisten arbeitet und dann eine rauchen ist und dann Alkohol trinkt oder Party mitmacht und alles läuft per Playlist ab, egal ob die Leute tanzen oder nicht. Also, wichtige Frage. Wäre für mich auch schon der falsche DJ, wenn er eine Playlist wirklich zur Primetime spielt, dann zieht er nur sein Ding durch. Das heißt, egal wie die Tanzfläche gerade sich dynamisch bewegt, der zieht halt nur sein Ding durch. Finde ich blöd, auf eine Hochzeit tatsächlich musst du auch ein bisschen spontan reagieren und schauen, wie die Situation ist. Wenn du gerade irgendwie die 90er abgeschossen hast und du siehst die Kunden und die Gäste oder die Brautpaare, alle rasten gerade aus, dann bleibst du natürlich da auf dem Thema an den 90ern. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber da musst du dann halt weg von den vorgefertigten Playlisten. Natürlich hat jeder DJ so ein bisschen seinen Stil und weiß auch vielleicht so ein paar Übergänge, die passen ganz gut, aber ansonsten sollte er eigentlich immer auf diese Situation das alles anpassen. Dafür habt ihr ja einen DJ, sonst könntet ihr auch eine Spotify-Playlist abspielen. Genau, dann kann man es auch selber machen. Kann man es auch selber machen, genau. Einer der vielen Fragen, die mich auch erreichen oder die ihr auch den DJ stellen könntet, wäre das Thema GEMA. Vorweg, das ist jetzt, was wir jetzt sagen, ist natürlich auch ohne Gewehr. Grundsätzlich schaut da gerne ins Internet rein, schaut, wie da die rechtlichen Gegebenheiten sind bei der GEMA. Für mein Verständnis ist die GEMA so erläutert, dass bei einer privaten Veranstaltung eine GEMA-Gebühr entfällt. Das heißt, wenn wir jetzt einen Geburtstag feiern oder eine Hochzeit oder irgendein anderes privates Event, dann musst du da keine GEMA-Gebühren zahlen. Das ist unser Verständnis davon. Aber grundsätzlich seid ihr der Veranstalter. Also das heißt, ihr solltet, also ihr werdet dafür zuständig. Und das heißt, wenn ihr wirklich in einem geschlossenen Raum seid, nur mit euren Freunden und es ist eine private Party, ist das vielleicht ein Unterschied, als wenn ihr in einem offenen Restaurant feiert und da noch andere Menschen sind. Also da gibt es dann schon ein bisschen andere Konstellationen. Von daher könnt ihr mit dem DJ drüber reden, aber vor allem eher mit der Location drüber reden und im Zweifel bei der GEMA selber nachfragen. Also weil Gesetze und Richtlinien ändern sich auch und wir wissen jetzt nicht, wann ihr diesen Podcast hört. Von daher, GEMA, wie gesagt, ihr seid der Veranstalter, ihr wäret theoretisch verantwortlich. Wir haben es jetzt trotzdem hier reingenommen, die Fragen an den DJ, weil es halt immer so ein Thema ist, was aufkommt. Das kommt sehr oft vor. Genau, genau. Aber ihr seid der Veranstalter im Zweifel, deswegen. Genau. Ja, das Nächste, was ihr den DJ fragen solltet, ist, bringst du auch die Technik mit? Da gibt es auch verschiedene Konstellationen. Manchmal sagt die Location euch, die Technik ist komplett hier. Ihr braucht nichts mitzubringen. Dann bringt der DJ in der Regel nur seinen Laptop, seine Musik mit und stöpselt sich ein. Denn da müsstet ihr dem DJ die Kontaktdaten der Location geben, damit er sich besprechen kann, was dann jetzt wirklich da ist. Ganz oft ist nämlich zum Beispiel gar kein Licht da und ohne Licht macht es auch ein bisschen weniger Spaß. Genau. Also Technik und Licht ist ein großes Thema. Auch wenn ihr eine Band bucht, die bringt auch meistens kein Licht mit. Und auch bei den Preisen der DJs gibt es Unterschiede. Manche sagen All-Inklusiv-Preis, bringt Technik und Licht alles mit. Manche staffeln das ein bisschen und sagen, das ist meine Leistung, aber wenn ihr Licht dazu haben möchtet, kostet es x Euro. Sodass da auf jeden Fall eine Nachfrage immer sinnvoll ist. Genau. Ich finde diese Frage sehr, sehr wichtig, ob der DJ Technik mitbringt. Ich hatte jetzt dieses Jahr ein Paradebeispiel. Da wurde der DJ gebucht. Es wurde nicht über die Technik gesprochen. Der DJ dachte, die Technik wäre inkludiert. Und andersrum, das Brautpaar dachte, der DJ bringt alles mit. Das war einfach ein Missverständnis, wie auch immer das passiert ist. Da hatte ich eine Bekannte von mir, war zu Gast da und wollte dann noch Technik von mir anmieten. Und dann musste ich das alles nur ein bisschen organisieren für die, dass der DJ seine Technik mitbringt. Der Technik kam außerhalb. Es war jetzt nicht in Berlin, sondern wurde eingeflogen. Und der konnte jetzt nicht einfach mal so einen Lautsprecher unter den Arm. Der DJ war eingeflogen, meinst du das versprochen. Die Technik war eingeflogen. Ach nee, der DJ wurde eingeflogen. Der DJ wurde eingeflogen und der hatte natürlich keinen Lautsprecher noch irgendwie im Rucksack dabei. Und deswegen ist das wirklich eine wichtige Sache. Das wurde dann ein, zwei Tage vorher, wurde das geklärt vor der Hochzeit. Und das ist natürlich für das Brautpaar ein, zwei Werktage vorher, nicht Werktage, ein, zwei Tage vor der Hochzeit, sich dann mit der Technik noch auseinanderzusetzen. Und ich meine, Technik ist jetzt in der Regel, kennt sich das Brautpaar mit der Technik nicht aus, was man benötigt, Strom und so weiter, Platz. Das sind so Dinge, die sollte dann vielleicht der DJ damit bringen oder der Veranstalter, wer auch immer. Sollte sich darum kümmern, aber das Brautpaar weiß es ja meistens nicht. Deswegen eine wichtige Frage. Es gibt auch DJs, die immer mit regelmäßigen Technikfirmen zusammenarbeiten und so ein Team vorschicken, die Technik in dicht aufbauen und der DJ kommt dann quasi nur mit seinem Laptop und seiner Musik. Also da gibt es auf jeden Fall die verrücktesten und verschiedensten Kombinationen. Was du eben gesagt hast mit eingeflogen, ist auch ein wichtiger Tipp, wenn ihr eine Destination-Hochzeit macht, also nicht zu Hause seid und einen DJ einfliegen lässt oder wenn ihr in irgendeiner Stadt feiert, aber einen DJ aus einer ganz anderen Stadt bucht. Also da ist die Technikfrage auch sehr, sehr relevant, wie du schon sagst, weil kann er überhaupt mit seiner ganzen Technik anreisen, ne? Ja. Gerade wenn es auch in ein anderes Land geht, dann ist Technik von, die Musiktechnik auch immer ein kleines Problem. Genau. Ja, da war es jetzt bei dem Paradebeispiel, was ich jetzt gesagt habe, ging es wirklich, also die haben schon über Technik gesprochen, aber der DJ meint seine DJ-Technik, das heißt, er nimmt so seine, ich sage jetzt mal DJ-Controller oder Plattenspieler oder so mit und das Baupar dachte, Technik, alles all in, also Licht, Mikrofon, Tontechnik und so weiter und da haben sie einfach aneinander vorbeigesprochen und deswegen ist die Frage ganz wichtig. Und Mikrofon ist auch noch ein gutes Stichwort. Ein Hochzeits-DJ wie der liebe Hung hat natürlich alles dabei, aber wenn ihr tatsächlich, solltet ihr so einen Club-DJ buchen, der hat vielleicht gar kein Mikro dabei, weil er ist es vielleicht auch gar nicht gewohnt oder denkt gar nicht dran, weil er sonst nie auf Hochzeiten auflegt, dass er ein Mikro für die Reden mitbringt und ich empfehle als Planer immer, die Reden am Abend zum Dinner zu machen, wenn der DJ da ist, wenn das Mikro da ist, dass es gut verstanden wird und ja, dann sollte das Mikro natürlich auch da sein. Genau, ja. Nächste Frage an den DJ wäre die Logistik. Also was benötigt der DJ an dem Tag der Hochzeit? Benötigt er einen Tisch? Benötigt er Strom? Also ja, natürlich er benötigt Strom. Wie viel Platz benötigt er? Wo kann er aufbauen? Wo kann er abbauen? Bedenkt auch, viele Hochzeiten finden im Sommer statt. Den DJ mit der Technik in der prallen Sonne stehen zu lassen, macht die Sache auch nicht gut für den DJ und für die Technik. Oder andersrum regen. Dann da natürlich auch dran denken, wie sind die Gegebenheiten vor Ort? Also das sind so Dinge, die man vielleicht auch nochmal in dem Gespräch sich einfach nochmal austauscht, wie an dem Tag die Gegebenheiten sind. Genau. Ja, super. Und der nächste Punkt, das ist sowas, was mich auf Hochzeiten nervt, wenn ich den DJ nicht kenne. Die Frage, hast du Werbung auf deinem Equipment? Also ich finde das ganz furchtbar, wenn man monatelang eine Hochzeit plant, jedes Detail, alles ist wunderschön, es gibt vielleicht ein Thema oder eine Farbe und alles ist perfekt und dann baut der DJ auf und hat einen riesengroßen Tisch dabei, wo eine riesengroße Werbung ist und vielleicht dann noch in einer krassen Farbe und dann so ein hässlicher, bunter Punkt im Raum ist mit Werbung. Also ich finde, das geht gar nicht. Ich finde, der DJ ist ein Dienstleister auf der Hochzeit und er sollte keine Werbung mitbringen, natürlich kann er Visitenkarten mitbringen und natürlich kann er weiterempfohlen werden und auch wir als Hochzeitsplaner würden natürlich auch sagen, wer der DJ ist und Werbung für ihn machen. Und wenn der DJ selber angesprochen wird, kann er natürlich gerne Visitenkarten verteilen auf Anfrage, aber so ein riesenfettes, ich hatte sogar schon Banner und das war nicht nur beim DJ, es war auch bei Livemusik. Also die haben allen Ernstes ihre Sachen aufgebaut und zwei Banner mit Werbung aufgestellt und das in einem Fünf-Sterne-Haus, wo ich gesagt habe, sorry, ist das euer Ernst hier? Bitte macht das Banner weg. Also wie gesagt, legt gerne das, krägt ihr eine kleine Ecke eurer Visitenkarten, wenn ihr das möchtet, wenn überhaupt das gewünscht ist. Wenn ihr es als Brautpaar nicht möchtet, dann dürft ihr das auch gerne sagen. Dann sagt ihr, es gibt keine Visitenkarten, und wenn die Gäste euch toll finden, dann können sie auch das Brautpaar jederzeit fragen, wer ist es. Von daher, wenn es euch nicht stört, ist es okay. Ich habe es euch jetzt mal gesagt. Mich würde dickes, fette Werbebanner auf meine Hochzeit stören. Genau. Denkt drüber nach, fragt den DJ und dann entscheidet, ob es euch stört oder nicht. In dem Zusammenhang fällt mir noch ein, das geht so Richtung Werbung, aber auch Ansagen. Ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat. Da ging es darum, da gab es einen DJ von einem Fußballverein. Den Namen sage ich jetzt mal nicht. Und der hat dann irgendwie alle fünf Minuten gesagt, hey, ich bin der DJ von dem und dem Fußballverein und checkt meine Facebook-Seite und so. Also das fragt gerne auch gerne nach, ob sowas der DJ macht. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber in der Regel macht ein DJ sowas nicht. Oder oftmals habe ich sowas noch nie gehört. Aber ja, das ist eine Geschichte, die mir zugetragen wurde, dass es einen DJ gab, der irgendwie, ja, da jeder zwei Minuten seine Werbung und seine Homepage und seine Facebook-Seite promotet hat auf der Hochzeit. Ja, und ich meine, wenn das dann passiert, dann ist es zu spät, dann ist es erzählt. Dann ist es. Und vielleicht bekommt ihr das als Brautpaar gar nicht mit, weil ihr gerade draußen seid und dann macht ihr das zwei, dreimal auf der Hochzeit. Also unmöglich. Genau. Okay, nächste Frage an den DJ wäre Kleidung. Werde ich auch ab und an gefragt, nicht immer. Aber wie ist der Kleidungsstil vom DJ? Wie ziehst du dich an als DJ? Ja, also es ist für mich ganz wichtig. Es ist ja eine Hochzeit. Es ist ein schöner Anlass. Man sollte sich dann entsprechend auch kleiden. Wenn es ein Motto gibt, dann sollte auch der DJ sich am besten da noch mit einbringen. Du bist ja auch ein Teil der Hochzeit, also why not? Fände ich jetzt komisch, wenn wir jetzt ein Fünf-Sterne-Haus haben, der DJ kommt mit Badeschlappen und einer Bahamas-Hose. Ja, wirklich. Vielleicht noch ein Muskel-Shirt. Ja, alles schon gesehen. Fände ich jetzt etwas komisch. Ja, deswegen fragt gerne nach dem Kleidungsstil nach und was er anzieht. Ihr dürft auch gerne eure Wünsche sagen. Also ich finde das mit der Kleidung auch für alle anderen Dienstleister absolut ein Thema. Ich habe manchmal, ja lustigerweise sind es auch oft die Live-Musiker, muss ich mal hier so an der Stelle sagen, die irgendwie in der Jeans auf einer Hochzeit erscheinen, wo ich schon denke, klar ist eine Jeans heutzutage schon salonfähig, je nachdem, was du oben anziehst, ob du dann Hemd und Sakko anziehst. Ja, nein, ist Ansichtssache. Ich finde es schön, wenn das Brautpaar sich so viel Mühe gemacht hat und sich auch tatsächlich Gedanken gemacht hat über den Dresscode, sagt das ruhig auch euren Dienstleistern, weil dann wissen die Bescheid, dann sind die auf der sicheren Seite. Wenn ihr Black Tie alles super schick haben wollt, wie gesagt, da passt einfach der DJ vielleicht barfuß in der Jeans, passt vielleicht nicht so in euer Bild. Wenn ihr euch gar keine Gedanken macht oder ihr habt sommerliches Thema, was auch immer, sagt es ruhig. Dann wissen alle Dienstleister Bescheid und das gibt auch den Dienstleistern Sicherheit. Das gibt auch eurer Rednerin oder eurem Rednern Sicherheit. Wollt ihr kein Rot oder hast ihr irgendeine Farbe? Man kann das immer alles nicht ansprechen, finde ich. Ja. Genau, genau. Also, die nächste Frage, die wir uns hier mal so überlegt haben in unserem Brainstorming, ist, wann baust du auf? Also, wie viel Zeit benötigst du? Manche machen das rucki-zucki und manche lassen sich da Zeit, weil sie sich danach noch umziehen und alles ganz in Ruhe haben wollen. Das müsst ihr aber wissen für eure Planung, weil in manchen Locations kommt man ja recht kurzfristig rein, dass man sowieso nicht so viel Zeit hat für die Aufbauten und das müsst ihr sowieso dann ja an alle Dienstleister kommunizieren. Vielleicht ist in der Location vorher noch Mittagsgeschäft oder Nachmittag Kaffee und Kuchen oder was auch immer oder das Servicepersonal kommt relativ spät, weil sie am Vortag schon alles aufgearbeitet, also eingedeckt haben. Von daher, wie viel Zeit habt ihr überhaupt? Wann kann der DJ überhaupt aufbauen? Wie viel Zeit möchte er haben und matcht das? Also, dass ihr das vorher besprecht. Genau. Ja, nächste Frage an den DJ wäre, von wann bis wann ist der Einsatz möglich? Sprich, die Spielzeiten von dem DJ. Es kommt auch ab und an die Frage, was ist, also ich mache ja immer Pauschalen, das macht jeder DJ anders. Ich habe halt Pauschalen zum Beispiel und wenn die enden, dann ist es bei mir nicht so, dass ich dann den Stecker ziehe und nach Hause fahre und den letzten Bus nehme. So ist es nicht. Aber ich bespreche das trotzdem mit dem DJ. Also die Spielzeiten wirklich, von wann bis wann ist es möglich, ihn zu buchen. Vielleicht hat der DJ auch eine Zeit, wo er sagt, ab, weiß ich nicht, ab drei Uhr oder so mache ich auf jeden Fall dann nicht mehr. Gibt es ja dann auch. Dass es dann wirklich eine Sperrstunde für den DJ gibt, weil er sich sagt, er muss hinten raus dann noch abbauen, nach Hause fahren. Das ist ja alles zu spät. Deswegen ist wichtig, wirklich die Spielzeit anzusprechen. Ich hatte da mal ein Beispiel, zwei Beispiele fielen mir dazu ein. Ich habe in diesem letzten Jahr hatte ich eine Location, auch in Berlin. Da ist es so, dass die Spielzeit von dem DJ in der Pauschale von, wie sagt man, Sarah, felf mir da mal aus, dass, wenn das Brautpaar eine bestimmte Zeit bucht für die Location, sagen wir mal, die haben eine Pauschale bis zwei Uhr, dann muss tatsächlich, wie nennt man diese Zeit? Naja, das Paket ist gebucht bis zwei Uhr und dann müssen alle raus sein. Ja, genau. Spielende würde ich sagen und Hochzeitsende. Das Hochzeitsende, ja genau. Also die müssen wirklich bis um zwei Uhr und dann ist die Veranstaltung beendet quasi. Und bei denen in der Location ist es so tatsächlich, dass der DJ dann auch um diese Uhrzeit raus muss, das heißt, wenn der DJ dann noch abbauen muss, eine Stunde oder zwei Stunden länger, muss das Brautpaar dafür bezahlen. Das war jetzt speziell in dieser Location, das hatte ich bislang noch nie, ist natürlich frech, das wäre schon eher eine Frage an die Location, aber stellt diese Frage auch an den DJ. Wie lange braucht er für einen Abbau? Braucht er noch irgendwas von euch oder von der Location oder Sonstiges? Ja. Ja, aber es ist wirklich ein guter Hinweis, weil es ist ja oft so, dass die Location sagt, okay, ihr dürft bis zwei, Party machen oder bis drei Party machen. Das ist wirklich eine gute Frage, an die Location zu fragen, was heißt das? Heißt das, die Gäste gehen um drei und danach wird sowieso noch aufgeräumt und der DJ kann in Ruhe nach Hause gehen oder heißt das, hey, um drei müssen alle komplett raus sein und die Tür wird abgeschlossen? Genau. Warst du das nicht, hast du mir nicht erzählt, dass du in eine Location mal eingeschlossen hast? Ah, nee, das war es nicht, das war, ich weiß wieder. Ein anderer DJ hat mir erzählt, der wurde in eine Location mal eingeschlossen. Das war auch hier in Berlin, aber eine andere. Ich finde es mal schon schade, dass die Namen nicht denken. Genau, wir wollen ja keinen schlechten machen, aber es war auch eine Location und das war die gleiche Konstellation. Ich weiß nicht, wie viel Uhr, sagen wir einfach, es waren drei. Die Gäste sind dann raus und die Person, die verantwortlich war für die Location, hat einfach abgeschlossen und ist gegangen. Der DJ war noch am abbauen und da hat keiner gerufen, hallo, sind alle weg, sondern das Licht wurde ausgemacht, er war eingeschlossen. Nein. Er musste aus dem Fenster klettern, ist nach Hause gefahren und hat am nächsten Tag abgebaut, weil er seine Sachen nicht mehr rausgekommen hat. Oh Gott, oh Gott. Nachts im Museum fällt mir da ein, so ein Film. Ja, genau, so ähnlich. Wahnsinn. Ja, genau, das zur Aufbauzeit, also tatsächlich, wie lange benötigt der DJ für den Einsatz? Dann Outdoor. Also, wenn ihr Sachen draußen plant, nicht jeder DJ hat dann irgendwie eine Technik. Denkt dran. Ich denke zum Beispiel an Kaffee- und Kuchenzeit. Ganz oft habe ich da, wenn es draußen ist, überhaupt gar keine Musik und gar keine Tontechnik und der DJ fängt trotzdem erst abends an, weil draußen sind ja auch so ein bisschen Naturgeräusche und vielleicht macht ihr zwischendurch auch Fotos und schneidet die Torte an. Da ist eigentlich Action genug, vielleicht braucht ihr gar keine Musik. Wenn ihr aber sagt, nein, wir wollen unbedingt Musik, wir wollen schon Reden halten, solche Dinge, fragt den DJ, ob es irgendwie möglich ist. Es gibt tolle Funkboxen heutzutage. Man muss nicht Kabel legen über viele, viele Meter, aber nicht jeder DJ hat diese Funkboxen und diese Funkmikros. Und wenn ihr zum Beispiel nachts noch ein Feuerwerk geplant habt, dann bitte auch nicht so ganz spontan zum DJ kommen, hey, kannst du mal irgendwas spielen? Wir haben gleich ein Feuerwerk. Sondern vielleicht vorher besprechen, ob da vielleicht der Feuerwerker Musik hinterlegt oder der DJ das machen soll. Inwieweit, wie weit stehen die Gäste weg? Stehen sie direkt an der Tür? Kann man einfach die Box umdrehen oder sind sie weit weg? Solche Dinge. Also alles, was draußen ist, auch nochmal drüber nachdenken und vorher planen. Tatsächlich hatte ich das schon mal, das, was du gerade sagst, mit einem Feuerwerker, dass der Feuerwerker, der hat die Technik gar nicht mitgebracht. Der hat nur sein Feuerwerk mitgebracht und er ist davon ausgegangen, dass die Musik von der Location oder von dem DJ kam. Und ich andersrum war gar nicht involviert da drin. Ich war halt in der Location und wusste von gar nichts. Und auf einmal so fünf Minuten vorher hieß es, ja, wir brauchen Musik draußen. Ja, wie? Welche Musik? Oh Gott. Und dann musste, also es geht ja dann teilweise, haben wir dann spontan die Musikbox abgebaut, draußen aufgebaut, und mit etwas Verzögerung konnte es dann anfangen. Aber das war auch eine, ja, es war auch eine spontane Aktion. Deswegen gut vorher besprechen, was braucht man vorweg und was braucht man draußen vielleicht. Vor allem die Feuerwerke müssen ja in der Regel spätestens um 22 Uhr abgebrannt sein oder um 23 Uhr, je nach Region und je nach Jahreszeit. Und von daher, da kannst du nicht noch eine Viertelstunde umbauen, dann kann es auch Ärger geben. Also deswegen, das muss auf jeden Fall vorher besprochen werden. Mann-O-Meter, so viele Fragen. Nächste Frage, welche Verpflegung benötigst du oder wie viele Personen kommen mit? Da haben wir ja auch schon mal eine Einzelfolge gemacht, aber es passt trotzdem gut hierzu, an den DJ zu fragen, ob er mit beim Essen beteiligt werden darf oder möchte und wie viele Personen es tatsächlich sind. Kann ja sein, dass es ein DJ ist, ein Club-DJ, der lässt alles vorher aufbauen, hat einen Lichttechniker am Start und weiß das gar nicht. Also das Brautpaar weiß es nicht und dann schon hast du eine Person mehr von der Sache her. Oder du hattest mir vorhin noch ein gutes Beispiel gesagt, der DJ bringt einen Saxophonisten mit, dann hast du auch eine zweite Person und den musst du da auch irgendwie verpflegen. Beim Buffet geht es vielleicht noch, aber im All-A-Cart-Geschäft wird es dann schwierig, wenn du dann spontan noch irgendwie ein, zwei Essen zaubern musst. Deswegen fragt vorher wirklich wegen der Verpflegung nochmal nach. Und wie viele Personen? Genau. Und mein Lieblingsthema ist ja, also ich würde den fremden DJ immer fragen, ob er Alkohol trinkt und wie viel. Da kenne ich nichts. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn der DJ mal ein Bier oder ein Wein trinkt. Aber wenn er jede Stunde ein, zwei Bier und ein, zwei Wein trinkt, ist bei mir auch der Ofen aus. Also finde ich, geht nicht. Ja, geht nicht. Also es gibt tatsächlich auch DJs, die dann irgendwie zum Alkoholiker geworden sind und das dann auch brauchen. Und finde ich nicht in Ordnung, genauso wie ewig lange Raucherpausen. Wenn ich jedes Mal den DJ suchen muss für irgendeinen Musikwunsch oder wenn die Torte kommt und irgendein Lied war gewünscht oder irgendeine Aktion und ich muss den DJs dann nichts suchen. Also es geht auch nicht. Fällt mir spontan ein wegen Pausen? Also das wurde ich auch schon ab und an gefragt. Wie sieht es denn aus mit Pausen? Ob ich Pausen mache, wenn ich dann acht oder neun Stunden arbeite? Also Pausen gibt es bei mir jetzt persönlich nicht, aber fragt das den DJ tatsächlich, ob er dann irgendwie Pausen macht. Ich habe auch schon mal gehört von Geschichten, dass ein DJ wirklich mittendrin irgendwann eine halbe Stunde sich rausgenommen hat, die Musik ausgemacht hat und eine Pause gemacht hat. Das habe ich auch nie gehört. So wie man es kennt. Also ich habe es einmal gehört, deswegen. Fragt das den DJ tatsächlich, ob es wirklich Pausen gibt und das mit dem Alkohol, was du gesagt hast, trifft jetzt auf mich nicht ganz zu, aber klar, also DJ, Alkohol, das ist so eine Sache, dass viele DJs, die ich auch kenne, die trinken sehr viel Alkohol oder auch darüber hinaus so ein bisschen. Also das ist wirklich eine berechtigte Frage. Es gibt ja auch Getränkepauschalen. Das ist ja nicht nur, dass ihr keinen besoffenen DJ haben wollt, sondern ihr zahlt das ja auch, was ihr trinkt. Von daher, wenn ihr sich da den einen Cocktail nach dem anderen reinschlürft, ist es ja dann auch wieder eine Kostenfrage. Von daher, ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Und wenn ihr irgendwelche Pausch, wenn ihr, wenn euch das egal ist und der Alkohol trinken darf, egal wie viel und ihr habt irgendwelche Pauschalen, dann setzt ihr in die Kenntnis, dass Bier okay ist oder was weiß ich. Ich finde, man kann da auf jeden Fall drüber reden. Auf jeden Fall sprechen, ja. Weil letzten Endes ist das ja Dienstleister, ihr bucht ihn und … Ja, man kann ja ganz nett über alles reden. Genau. Und nochmal zu den Pausen. Also ich kenne das bei der Live-Musik, dass es da Pausen gibt und da muss man dann halt sprechen, was in den Pausen ist, ob die dann … Ich finde es immer gut, wenn man eine Band hat, dass man auch einen DJ bucht, weil der macht dann die Pausen und der macht dann Open End weiter, weil die Live-Musik meistens für vier, fünf Stunden gebucht ist, was auch immer. Und danach habt ihr nicht dann, okay, jetzt müssen alle nach Hause oder was machen wir jetzt? Oder Spotify an. Genau. Sondern dann habt ihr einen DJ und könnt noch länger Party machen. Ja. Und bei den DJs habe ich das persönlich noch nie erlebt. Ich habe natürlich nur erlebt, dass der DJ natürlich eine kleine Pause macht, um essen zu gehen. Dann lässt er aber einfach die Musik laufen und ist in der Nähe für spontane Sachen. Genau. Und dann ist es natürlich schon eine Pause für ihn, aber jetzt keine offizielle Pause. Die von 30 Minuten mit Musik aus. Nee, das gibt es nicht, genau. Und eine wichtige Frage an den DJ wäre, hast du einen Plan B, wenn die Technik funktioniert? Nicht funktioniert. Wenn die Technik nicht funktioniert. So rum. Genau. Wird auch ab und an gefragt bei mir, was ist, wenn irgendwie der Plattenspieler ausfällt oder die Musik nicht geht? Hat der DJ irgendwie noch ein Backup im Auto oder hat der noch irgendwie noch ein zweites Kabel, zweiten Lautensprecher oder sonstiges? Ich meine, der DJ arbeitet mit Technik, kann immer was sein, dass das mal irgendwie was durchbrennt oder so. Dahingehend geht die Frage an den DJ, hat der einen Plan B dabei? Hast du? Ich selber habe einen Plan B. In gewissen Sachen habe ich einen Plan B. Nicht in allen Sachen. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, das Risiko… Kann ich alles doppelt haben, ne? Ja, genau. Das Risiko kann ich jetzt nicht eingehen. Also der Worst Case, der wirklich passieren könnte, wäre die Musik von meinem Plattenspieler, äh, von meinem Laptop. Ich habe zwar eine Festplatte dabei, aber die funktioniert halt nur auf Apple-Geräten. Das heißt, ich bräuchte wieder ein zweites MacBook oder einen zweiten Laptop. Tatsächlich habe ich mir jetzt einen Rat 9 geholt, also könnte ich mir tatsächlich auch ein zweites einfach im Auto lassen. Ein zweites Laptop mit der Musik drauf, aber ein Backup, wenn die Musik irgendwie ausfällt oder die nicht funktioniert, dann ist der Abend leider gelaufen. Also ich kann, es gibt keine Garantie für alles nicht. Das kann man, man kann die Garantie nur ein bisschen dahingehend strecken, aber komplett, 100 Prozent kann ich nicht geben. Aber so diese ganzen kleinen Teile hast du halt doppelt, ja? Kleinteile, Lautsprecher, Mikrofon, Licht, das alles habe ich doppelt da. Genügend. Genau. Sehr gut. Und dann noch die Frage aller Fragen, was passiert, wenn du am Hochzeitstag krank wirst? Klar, also wir sind ja alle Hochzeitsdienstleister, viele sind ja allein unterwegs oder wenn wir halt im Team unterwegs sind, dann sind ja viele auch dann beide halt auf einer Hochzeit. Da ist es aber halt wichtig zu wissen, ist das jetzt ein DJ, der ein großes Netzwerk hat oder ist es so ein Einzelgänger, der gerade anfängt? Also es ist ja bei allen Hochzeitsdienstleistern so, ne? Wenn man so eine One-Man-Show oder One-Woman-Show ist, dann hilft immer ein sehr großes Netzwerk, dass man halt schnell Ersatz findet. Und ein seriöser, selbstständiger Person wird auf jeden Fall versuchen, kostet es was wolle, irgendwie auf diese Hochzeit zu kommen. Aber wenn man ja wirklich krank ist und keinen anstecken möchte, dann bringt es auch keinem was, wenn man da erscheint. Da ist es gut, das große Netzwerk zu haben, schnell rumzufragen, wer ist frei, auch bei Hochzeitsplanern vielleicht zu fragen. Wir kennen ja auch viele Menschen und dass man dann einen Ersatz schicken kann. Genau. Also gerade jetzt auch durch die Corona-Pandemie und gerade durch so was wie eine Quarantäne, dass ein DJ vielleicht in Quarantäne muss für zwei Wochen. So was gab es. Oder gab es das in diesem Jahr tatsächlich schon, wo ich vertretungsweise für einen DJ eingesprungen bin, weil der halt in Quarantäne musste. Also wie du gesagt hast, ein guter DJ hat einfach ein gutes Netzwerk und kann da dann vielleicht noch einfach auch draus schöpfen aus dem Netzwerk. Genau. Ja, super. Jetzt haben wir jede Menge Fragen gestellt oder Fragen euch geliefert, die ihr stellen könnt. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Party und könntet irgendetwas von unserem Podcast heute wieder mitnehmen, damit eure Hochzeit ein Erfolg wird und es so wird, wie ihr euch das alles wünscht. Deswegen redet viel mit euren Dienstleistern, dass sie Bescheid wissen, sich auch selber sicher fühlen, wissen, was ihr erwartet. Und dann wünschen wir euch eine schöne Hochzeit. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an euren Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch. Ihr findet uns unter www.hochzeits-podcast.com. Dort findet ihr auch unseren Shop. Es gibt viele coole Sachen für die Braut, den Bräutigam, die Trauzeugen und sogar auch für Freunde und Familie. Es gibt nicht nur T-Shirts, sondern auch coole Hoodies, Tassen, sogar Baby-Strampler oder Hundi-Zubehör. Und das Coolste an der ganzen Sache, ihr könnt das auch alles selber personalisieren. Also schaut unbedingt mal rein, was wir da Schönes für euch vorbereitet haben. Wir freuen uns. Vielen Dank.